Ihr zockt Zart und Rumpel mit der Community, ich mach euch alle fertig. Huch, äh, verdammt. Es war einmal, in einem nicht weit entfernten Lande, da kam allerlei junges Volk zusammen, um auf einer weißen, schneebedeckten Karte zur weihnachtlichen Zeit sich einzustimmen. Auf die Liebe, auf das Fest der Liebe und auf Geschenke. Denn wir wollen austeilen, nicht einstecken. Und hier geht es darum, dass wir eine kleine Flagge von unserem Mitmenschen nach Hause bringen, ins Warme, ans Lagerfeuer, dort, wo auch schon die Plätzchen sind und das Süppchen kocht. Und ich würde sagen, wir gehen mal ins rote Team. Mad Eye, bist du dabei, oder was? Ich bin dabei, äh, rotes Team, oder was? Bist du dabei, um, äh, oh, äh, rotes Team und da ist auch schon die rote, ähm, Flaggrad unterwegs gewesen. Aber unser Flag-Carrier Tommy Meiler ist auch wieder unterwegs. Ich, äh, werde ihn mal, ha, ich hab die Blue-Flag von ihm direkt mitgenommen. Und werd mal, uhu, uhu. Was ist hier mit den Leuten los? Ich weiß auch nicht. So. Sehr gut. Gut, erster Punkt hat der Sarge und Ruppel gemacht, dank Tommy Meiler. Jawollo. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter und werden mal versuchen, ins gegnerische Team zu laufen und ein bisschen hier die, ähm, die, die Flags einzuheimsen. Wir haben hier... Ich bin auf der Suche nach unserer Flagge, die ist nämlich weg. Die ist weg. Da ist die Arenari, da hau ich lieber ab. Die Arenari ist nicht weihnachtlich unterwegs. Warte. Ja, ich hab's gesehen. Ein kleiner Schlingel. Ah, ich bin hinter dir, direkt hinter dir. Ich bin direkt hinter dir. Ah, ich hab mich verlaufen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Dektor ist weg. Ah, der ist schon bei sich in der Basis drin. Dammit. Oh, ich bin in der Hölle. Blue-Flag taken. Das war Glück. Oh nein. Oh nein, ich hab's nicht geschafft. Ich war direkt vor dem Typen mit der Flag und hab's nicht hingekriegt, den wegzumachen. Ah, ja, dieses Gehopse ist aber auch wirklich wahnsinnig. Wie meinst du? Naja, wenn jemand noch zu treffen ist, ist schwierig. Schwierig. Lachs-Fisch. Das war, da war es zur Geschichte. Wie Kuroau. Was soll man angeln denken? Dammit. Angelst du eigentlich? Äh. Angelst du eigentlich noch? Also, ähm, meinst du jetzt Frauen oder Fische? Ne, äh, 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 äh. Äh, weder noch tatsächlich. Das ist doch das Gleiche. Also. Oh, was macht der denn hier? Huch. Ah, ne. Äh, äh, ich verteidige gerade unseren Flag-Carrier. Wie sieht's bei dir aus? Wo bist du? Äh, ich bin noch relativ planlos, äh, auf dem Weg nach vorne. Genau, lass uns mal in die Blue-Base laufen und versuchen, unsere eigene Flag wiederzukriegen. Ich hole mal den Rocket-Launcher und schieße mal von der Weite so ein bisschen. Ups. Ha! Der ist blau. Der gehört nicht hierhin. Ah, der Dekto. Alter, ich glaube, ich habe noch nicht mal einen Kill gemacht, ey. Was ist das eigentlich? Ah, ja. Ah, da war ich zu, zu gierig. Oh, das ist ein verheißungsvoller Letzter, Alter. Vielleicht solltest du dich doch lieber wieder auf dein Xylophon konzentrieren. Ja. So. Ah, ist das unangenehm hier. Da springen hier manchmal die Jessica, ist hier gerade an mir vorbeigesprungen. Da ist der Dekto wieder. Er hat, er hat sich, mein, mein Rocket-Launcher hat er sich genommen. Der, äh, nette Herr mit, äh, Norbert. Den fünfstelligen Namen. Mit der, mit der Pistole im Namen. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Ey, scheiße. Ich, ich, ich versuche das jetzt nochmal. Die Ari, Ari. Die Ari, Ari, da bin ich wahnsinnig wichtig. Die versteckt sich hinter irgendwelchen Bäumen hier. Oh, die hat schon... Nein, nein, nein. Er muss sich nachladen. Oh, das gibt's doch nicht. Alter Waldschrat. Ja, aber echt. Ich meine, wir müssen, wir, wir führen ja. Wir müssen eigentlich nur blocken. Ah, bis zum, bis zum bitteren Ende. Hör mal, ich hab bis jetzt nur die Shotgun gehabt und nur gestorben. Echt? Ich hab jetzt, äh, den Raketenwerfer und lauf hier gerade mit ein paar von unseren Leuten rum. Das ist ganz gut. Uh, und ich werd von hinten beschossen und fing... Da, 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 dao, daun. Ah, Dek, Dek, Dekto. Dek, Dekto. Dek, 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 Dek. War mein erstes Opfer in diesem Spiel? Tommy Meiler steht immer noch mit... Ah, Jessica, das zweite Opfer. Sehr gut. Sehr gut. So langsam gefällt's mir. Der, der Tommy Meiler steht immer noch mit der Flag bei uns drin. ähm, die fragen mich auch schon hab ich die Flagge? Ne, hab ich nicht, diesmal nicht, sondern diesmal hat sie, der Tommy Meiler, der sie zum zweiten Mal ähm oh, 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 oh oh, der, da, das ist eine gute Idee, was der gerade gemacht hat der hat sich mit dem, mit dem Laser in, äh, in die Höhe gekatapultiert und ist damit halt unserer Basis viel näher gekommen ah, nicht die Ari Nari Gott sei Dank ich war auf dem Grat unterwegs da ist sie schon wieder oh man ein Schuss und Ari Nari hat mich wieder weggekriegt was, was sagt er oh man, die Jessica auch, obwohl ich doch hier sogar das Health hatte gibt's doch gar nicht das ist schon merkwürdig ich glaub, ich bleib mal hier, äh, ich weiß gar nicht ob ich jetzt angreifen soll oder in der Verteidigung bleiben soll ähm ich versichne nur mein Glück ich, ich hab, ich hab, komm mit, äh, wo bist du denn gerade oder ich laufe hinter dem Harvey Baxter hinterher der war auch gut gerade ja warte, warte, warte ach, hier ist die blaue Basis oh, die Jessica schon wieder das ist, geht immer so schnell da, Jessica ist weg ah, Red Flag Return Dark Yarn ah, cool was? ach, ne, unsere Flag ja, sehr gut äh, Score Score, Alter 2-0 sehr gut Marlen Raw hab ich weggemacht den Dekto bam das war und die Ari Nari kriegt jetzt auch noch eins also Ari Nari war getan als rotes Mädchen in dem roten Licht ne, ne, ich hab die Ari Nari gerade weggemacht ah, äh, wie soll da und den Darth Ossi auch noch gerade hab ich ne, ne Strähne gehabt jetzt ich hab, glaube ich, 5 Leute weg, äh, weggekriegt so geil ah, Selwyn hat's nicht überlebt komm her, komm her normalerweise, äh war nicht so so, das sieht gut aus ich, äh, bin fast, äh fast nicht tot jetzt aber ganz tot ich bin immerhin vom letzten Platz alter, der Tommy Meiler hat schon wieder die Flag, oder was? let's go alter, wie, wie macht der denn das? rein, oder? ja, weiß ich nicht ich, ich find die ja nicht mal, ne? die wird ja angezeigt die siehst du ja Blue Blaze, ne? da wo dieser kleine blaue Pfeil mit Blue Blaze Blue Blaze ist ja, ja, das seh ich schon das seh ich schon musst du reinlaufen ah, Ari Nari au revoir Vickro, Vickro zack, weg Dekto, Dekto, Dekto Dekto aber mir geht's nicht mehr gut Dekto, Dekto oh, Dekto hat mich weggemacht oh, der Zellduin auch, äh, platt gemacht so, jetzt hab ich den Raketenwerfer und geb mal so ein bisschen aus der Entfernung gebe ich, äh, Feuerschutz oh, hier schreibt, äh Vickro Vickro, eine Romane echt? wie kann der das? bei diesem aufregenden Spiel hallo, Marleen ah, du bist auch hier? dann bist du ja ganz nah ich hab sie grad weggemacht oh, ich nehm hier das Health erstmal so Red Scores schon wieder wir müssen noch einmal äh, scoren übrigens ne? ah, nein oh, so knapp vor der gegnerischen Basis dammit oh ah, die anderen sind äh, komm, wir gehen mal ins andere Team ja, doch, doch, doch weil wir die sind es ist, äh, unbalanced so, ich bin jetzt im anderen Team ich bin jetzt im Blau ah, ich hab sie grad ich hab sie glaub ich grad äh, returned oder nicht? nein, der ist schon wieder mit der Blue Flag ach, guck mal da bin ich auch nicht letzter so, komm return die Blue Flag ich muss hier erstmal wieder umgewöhnen jetzt dass ich jetzt auf Rot spiele ach so, stimmt ja, richtig gut, dass du es sagst bist du jetzt auch bei uns? ja, ja ich bin auch gewechselt aber jetzt sind spring nicht so rum ja, jetzt ach so Vimmo Vimmo ne, das sind doch Ends übrigens ja? ja, das sind Ends auf Rot schieße ich stehe auf Rot ah, dammit ich hatte die Flag ich hatte die Flag ich gehe zurück ins blaue Team weißt du das? ins rote Team ne ins rote Team wir brauchen hier Unterstützung außerdem muss das Spiel auch ein bisschen laufen General Klumpfuß weggemacht ne, ne die Roten sind zu wenig alter, äh ja, aber jetzt erst die Roten führen mit 4 0 insofern vielleicht doch doch mal Flag Carrier Flag Carrier Flag Carrier ähm wir müssen wir müssen unsere Flag wiederholen damit unser oh Mann also ich bin jetzt im blauen Team und muss die Roten jagen, ne? ach dammit ich kriege es immer noch nicht hin ich schieße immer noch manchmal auf die Blauen so, Elasas hab ich weggemacht ah, meinen ersten Roten hab ich weggemacht Gronk Fan down 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 werden wir es schaffen dieses Spiel herumzureißen was meinst du? das wird schwierig also ich sehe da noch keine Sonne ehrlich gesagt doch, doch Sonne sehe ich schon ich sehe dich vor allem wie du gerade auf die Red Base zuläufst so, ich bin jetzt auch aber ich krieg sie ich krieg sie die, die, die Flag nee, auf die Fresse hab ich gekriegt hey, junger Mann oh Mann, wieso hab ich da nicht getroffen das hätte ich doch treffen müssen verdammt die Roten die Roten die Roten die Roten die Roten die Roten ah, irgendjemand ist hier bei uns in der Basis drin und hat die Flag und verschanzt sie natürlich zu Recht wir müssen jetzt unsere Flag wiedererobern ich die Roten killen und zwar Chanel 5 mindestens wenn nicht sogar Chanel 7 die Roten hier ist überhaupt gar keiner mehr ah, hier ist noch ein bisschen hell das ist gut Index Baxter weg Index weg Halt, halt bleib da Le Vipa weg oh nein ah, damn it irgendjemand hat mich platt gemacht von Hilfstil hinten hinten platt gemacht so wo bist du wo bist du ich bin auf der Umgehungsstraße quasi um dem Stau auszuweichen oder wie ist das so in etwa ja Darth Ossi Index 3 3 xxx index 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 xxx General Kumpfus ah, beide gestorben Vimmo Vimmo ah, damn it das gibt's doch gar nicht ich komm nicht bis zur Basis das ist der Tommy Meiler gewesen ne das ist der Tommy Meiler gewesen der hier so äh die immer durchgesprungen ist Tommy Meiler ja, ja, ja ist so ist so da geht einer Le Viper will angreifen Tomy Meiler wieso sollte der in der Wikipedia drinstehen weil der hier den Laden angeführt hat eben ja, ähm hat er auch ey, du bist erster bei dem Blauen machst du das ja, ich hab doch die Punkte mitgenommen ach, du hast neun rechter ne General Schlumpfus ich hab auch viele Kills gemacht momentan wieso hab ich jetzt die Waffe nicht aufgenommen damit ah, verdammt ah, kriegen wir das hin das kriegen wir nicht mehr hin wir haben noch sieben Minuten und müssen fünf Flags einholen wo läufst du denn hin du läufst in die falsche Richtung mein Freund was kontrollierst du mich hier oder was ja, du bist gerade an mir vorbeigelaufen der Rumpel ey ah, ja ah, Dectro den hab ich oh, der hat ein schönes Gerät dabei gehabt das benutze ich jetzt sehr gut oh, ich hab ja nein gerade eben hat mir jetzt jemand noch gerade den Raketenwerker weggeschnappt aber das soll ihm gegönnt sein ich kann den Elsass nämlich auch mit dem MD wegmachen weißt du was echt noch geil wär ah, alter Schwede was geil wär bei diesem Spiel gerade bei diesem Team-Modi wär noch ein Wiederbelebungs-Modus oh, das stimmt natürlich das wär richtig geil ne, dann könntest du mit Teams in die gegendische Basis rein und da so richtig schön aufräumen und dann den Leute die gefallen sind wiederbeleben weil so dauert das immer sehr lang doch bis bis dann die Leute wieder da sind ja, das stimmt alter, wir sind schon wieder in der Unterzahl ne die Leute sind alle rausgegangen das war denen zu anstrengend aber immerhin bis jetzt haben sie nichts mehr hingekriegt also kein also da Jessica Keins bin ich nicht mehr gesquart so, der ist weg mir geht schlecht oh mir auch da will die und rein oh, verdammt ist der weg ja, er ist weg oh oh, ich will eine Knarre haben hier ah HB Baxter down mir geht schlecht ich seh nur noch unscharf aber richtig schön weihnachtlich hier auch wieder ne total also ähm ich versprühe Liebe auf den Wimbo jetzt von hinten und ich ich hab Wimbo zu Fall gebracht flachgelegt sozusagen flachgelegt hab ich ihn mit meiner Liebe die ich versprüht habe oh, aua ah, wie schlimme Bilder oh, da kommt einer aus dem Gebüsch raus und macht mich platt ach, schon wieder der Wimbo der will schon wieder haben ach, komm schon oh, wer war das denn da war einer von meinem eigenen Team der die Leute durchgelassen hat und mir was ist das Jessica ist immer noch mit der Flagge in unserer Basis was für eine Belagerung was für eine Belagerung ja, das stimmt so, General Klumpfuß und ich hab seinen Raketenwerfer ich bin hinter dir Medai Medai ich lauf mit dir er short ah, Gronkh-Fan ja, haben wir zusammen weggemacht äh, ich seh dich nicht mehr ich lauf jetzt mal weiter nach vorne aber ich hab den Kehl gekriegt ich hab irgendwie renne ich immer im Kreise was ich natürlich ah, dammit irgendjemand war da noch dabei da ist ein rotes Männlein ja ich seh es da sind zwei rote Männleiner zack H.B. Baxter ist er weg ist er ich bin ja in der Verteidigung gleich, äh wenn ich wenn man wiedergeboren wird muss man erstmal Verteidigung machen ist das eine ein ungeschriebenes Gesetz Illasas ungeschriebenes rumpelsches Gesetz ja, ich meine sonst äh sonst hilfst du ja deinem Team nicht wenn du einfach nur nach vorne rennst und die die Leute drinnen reinlaufen lässt in dein oder was oder wie oder wat oder warum eigentlich na was so Jessica ist nach wie vor und tippt einfach so ein bisschen weil die die muss nach wie vor warten oh ich hab hier ne neue Waffe aufgenommen ah hier so da kommt jemand rein huch was hab ich denn jetzt äh ah mittlere Maustaste ok komisch unsere Basis finde ich irgendwie immer aber die andere nicht von den anderen nicht komm schon ah das gibt's ja nicht trefft den nicht ich glaub das war keine gute Idee diese äh Railgun zu nehmen Railgun oh jetzt hab ich sie schon wieder na gut egal man äh man es ist halt so an Weihnachten ne man muss damit zufrieden sein was man eben geschenkt kriegt ja stehe dir vor hier der Opa hat dir schon wieder ein Karl-Weibuch geschenkt oh Mann Opa nicht schon wieder ne Railgun äh die hab ich doch schon letztes Jahr gekriegt oh mani so ich geh jetzt mal von oben direkt in die Basis rein und versuch einfach mal ne keine Chance keine Chance aber das ist ne Idee äh wenn du magst kannst du mal mit mir laufen ne Railgun zu Weihnachten ja ne das meinte ich nicht da scheiße Rumpel ja ich komme ich komme ich komme sehr gut ich sehe dich sehr gut ähm äh 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 Arinari ist auch dabei komm jetzt Arinari dann müssen wir mal zusammen hier vorgehen oh ich bin gestorben du bist gestorben? ja auf dem Weg Gronkh-Fan weg ah mir geht schlecht ich bin auch gestorben oh unser ganzer Plan im Arsch ja da auch mal links rum raus ich bin dann auch da wenn ich nicht ähm wir kriegen hier grad Dektu kriegen wir als Besuch aber der ist weg du bist Sergeant Rumpel ist da unten nein boah was ist denn mit dem los ey alter Schwede der hat von mir irgendwie fünf äh fünfmal so ne Granate in die Fresse bekommen und ist nicht gestorben fünf Granaten in the face in the face alter wir haben noch eine Minute dann müssen wir jetzt das ist aber noch machbar mit fünf mal die ja lass mal Team wechseln ah das wäre jetzt super fies ah der Index ist ich musste leider mithelfen ah Vino hab ich jetzt nochmal hier gekriegt für die verdammte Knarre ach dammit ich habe der Index hat mich grad ich würde zu gerne one minute oh aber irgendwie oh der ist so down eigentlich der muss so down sein down 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 alter alter hat der hat der viel lebensenergie gehabt ich find's toll dass man keinen Fallschaden hat hier bei diesem Spiel ja ich find's toll dass wir an Weihnachten so kameradschaftlich miteinander spielen da kommt der Dekto angelaufen oh und weg ist er der Dekto aber es sind beide Fahnen eh auch unterwegs also man kann nicht man kann nicht gut scoren glaube ich ja ja man kann gar nicht scoren das ist ja das Problem beide Fahnen sind in der Basis schon seit zehn Minuten und äh wir kriegen keines der Teams Kiki raus Baumfern hab ich jetzt kaputt gemacht last hope ey hör mal auf hör mal auf hör mal auf ich soll aufhören wieso denn ne 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 ich äh ich bin grad in der roten Basis glaube ich und äh ich hatte mich da drum bemüht die Fahne mal wieder zu kriegen aber oh das war's die Roten haben gewonnen fröhliche Weihnachten allen und bis zum nächsten Mal